Radio Soul. Talk of Town. Menschen mit Botschaft. Mein Name ist Wilhelm Reitenbach. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich habe heute einen ganz netten Gast, Sabine Kodatsch, eine Buchautorin, Kinderbuchautorin. Hallo Sabine. Hallo Willi. Möchtest du ein bisschen was erzählen? Wie bist du dazu gekommen, Kinderbuchautorin zu werden? Ich habe immer schon als Kind gerne gezeichnet und meinen Geschwistern schöne, lustige Geschichten erzählt. Und die habe ich dann eben auch gezeichnet und das habe ich auch im Erwachsenenalter übernommen. Dann habe ich einen Krankenhausaufenthalt gehabt und da habe ich jemanden kennengelernt, der hat immer Fliegenpilze gezeichnet. Und daraufhin habe ich dann mir gedacht, jetzt zeichne ich einmal den Pilz, wie würde der bei mir ausschauen. Und habe dann einfach angefangen, viele verschiedene Pilzcharaktere zu entwerfen und Pilzsorten. Und dann habe ich mir dazu eine Geschichte ausgedacht. Habe dann noch sogar einen Illustrationskurs mir dann besucht, wo ich dann die Illustrationen gemacht habe, eine Geschichte geschrieben. Und daraus ist mein allererstes Buch Aufregung im Eichenwald entstanden. Und das war dann 2018. Und dann habe ich eine Neuauflage zu meinem Buch gemacht von Tobi dem Fliegenpilz. Das war dann Aufregung im Eichenwald. Da habe ich dann auch noch einmal eine neue Geschichte dazu geschrieben und habe dann noch Illustrationen dazu gemacht. Und das wurde dann beim Traditionsverlag veröffentlicht, in Self-Publishing. Und du hast ja Architektur studiert. Genau, ja. Und wie bist du dann weg von Architektur und zu Kinderbuchautorin? Wie war da dein Weg? Ich habe dann die ganze Zeit in Architekturbüros gearbeitet, bin dann gekündigt worden, weil ich meine Leistungen nicht mehr bringen konnte, weil ich krank war. Und dann habe ich dann Therapie und so weiter gemacht und dort habe ich dann gelernt, dass ich eben meine eigene Kraft zu finden und meine eigenen Wünsche halt zu haben. Und da habe ich eben dann gemerkt, wie ich dann angefangen habe, diese Illustrationen und das Buch zu schreiben, dass das ganz und gar meine Sache ist und habe es dann mit viel Liebe und Enthusiasmus verfolgt. Ich gratuliere dir, dass du deinen Weg gegangen bist. Danke. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen Musik und zwar River of Dreams von Billy Joel. Ich würde sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen Musik. 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 Hier ist wieder Wilhelm Reitenbach und zu Gast bei uns ist Sabine Kodatsch. Ja, Sabine, wir haben gerade gesprochen, du hast Architektur studiert und bist dann deinen Weg gegangen und hast ein Kinderbuch geschrieben. Ja. Du hast ja da auch Rätsel drinnen und eine Bastelanleitung. Ja. Was kann man denn da basteln? Und zwar kann man da kleine Kastanienfiguren basteln und dann auch Igelfiguren und das sind einfach so Anleitungen halt zu den, und dann kann man auch natürlich mit Blättern noch sammeln und die dann sozusagen hinein kleben, dass man eben auch die verschiedenen Blattarten kennenlernt. Ja. Das ist schön, wenn sich Kinder mit der Natur beschäftigen und verschiedenes kennenlernen. Ja, genau. Du beschreibst ja auch verschiedene Pilzarten. Ja, genau, die im Buch vorkommen, die Pilzarten werden beschrieben, wo sie eben wachsen und ob sie essbar sind und halt beim Fliegenpilz natürlich auch, dass er giftig ist und eben nicht gegessen werden darf. Genau. Und sehr schön illustriert ist ja auch alles wirklich sehr schön gezeichnet. Also sehr fantasievoll. Ja. Und du vermittelst da auch Naturwissen. Genau. Ist wirklich, ja. Und in deinem Buch schreibst du, du bist in den Bergen verunglückt und hast dann irgendwie dein Rettungsanker waren Pilze so auf die Art. Ja, weil ich an meine Pilze gedacht habe und die haben mich sozusagen wachgehalten und mich auch dann animiert, dass ich eben Hilfe geholt habe. Das war während eines Südtirols Urlaub und da habe ich mich eben verirrt. Da habe ich dann, da war irgendwie die Wegschilderung sehr schlecht und da habe ich dann beim Hotel angerufen und habe dann eben erfahren, dass es da so eine SOS-App gibt. Die habe ich dann heruntergeladen, habe dann drauf gedrückt und dann wurde ich sozusagen geortet und die Retter sind dann gekommen. Ja, das war wirklich eine große Erleichterung, aber mein Pilz hat mir sozusagen über das Schlimmste hinweg geholfen. Also letztendlich war das eigentlich der Ausgangspunkt zu deinem Buch. Ja. Ja. Super. Schön. Danke. Ja. Bist du selbst Pilzsucherin? Isst du gerne Pilze? Ich esse sehr gerne Pilze, aber keine Pilzsucherin, ja. Aha. Ja, ich würde sagen, machen wir eine Musik, die passend zu dem Buch ist, Fantasy von Earth, Wind & Fire. Good job. Gitarrennisch, celmer, Saint, Gabriel. Gitarrennisch. Go. Du stehst, tك. Ich hablade auf dem Buch. Du sch慢st. Du stehst, tschüss. Aber die ist nicht so schwer. Du stehst, sehr viel. Du stehst, hier. Um, das mache ich eine Musik, die Stimientos dazu. Ich vermute, ja. Beide, alle, das kannst du ja, bis gut. Du stehst, über eine gute Zurbanz, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Man erfährt halt, ob das Eichhörnchen gerettet wird Und dann natürlich auch wie Tobi das Fliegen selber gelernt hat Und wie sich das kleine Eichhörnchen im Baum verstiegen hat Und das Buch ist wo erhältlich? Das Buch ist bei Tradition erhältlich und in jedem Buchgeschäft, wenn man das mit der ESPN-Nummer bestellt Und du hast ja auch eine Homepage, da kann man das auch sicher bestellen? Genau, auf meiner Webseite, da kann man sich mein Buch eben über Tradition bestellen, sieht man auch die ESPN-Nummer drinnen, mit der man dann auch in jedem Buchgeschäft das dann bestellen kann, das Buch Und wie ist deine Webseite? Sabine Kodatsch.com Und warum, was willst du damit erreichen mit dem Buch? Ich möchte Kinder eine Freude machen und ich möchte sie in eine andere Welt, in eine Fantasiewelt entführen Es ist mir aber auch sehr wichtig, ihnen Naturwissen zu vermitteln Und dass eben auch Anderssein nicht schlecht ist Das sieht man eben an dem kleinen fliegenden Pilz Dass eben seine Fliegerei doch sehr nützlich ist Und dass sie eben Mut haben Und das geht auch um Freundschaft in dem Buch Das ist schön, das ist gerade in der heutigen Zeit wichtig Dass man auch anders sein darf Und dass man Freundschaft hegt und pflegt Ja genau, das ist mir ein wichtiges Aussage Das ist sehr schön Und du willst ja auch der Toleranz, Ehrlichkeit und Mut dadurch weiter empfehlen Ja genau Also näher bringen Und für welche Altersgruppe ist dieses Buch? Ab vier Jahren Aber man kann es auch noch sehr gut als Erstleser auch den Kindern schenken Weil es eben halt gut zum Lesen ist, leicht zum Lesen ist Und halt auch viele Illustrationen dabei sind Ja, wirklich sehr schön Also wie lange hast du an dem Buch gearbeitet? Insgesamt ein Jahr Ja, das sieht man wirklich sehr liebevoll gemacht Ja Gibt es noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern sagen möchtest? Habt Mut Und Seid gewillt auch anders zu sein Ihr werdet sehen, das zahlt sich aus Danke Sabine Danke Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag Und hoffe, Sie bleiben bei Radio Soul treu Und wir spielen jetzt das nächste Lied You're the Voice von John Farnheim Danke Danke. 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 We're not going to live with the love. We're not going to live with the love. We're not going to live with the love.